Wie lerne ich Aquarellmalen? Diese Frage hat mich tatsächlich am häufigsten erreicht, als ich neulich auf Instagram in meinen Storys eine kleine Umfrage gemacht habe. Die Grundlagen des Aquarellmalens zu erlernen ist wirklich einfach. Und das ist genau das, was du dir erhofft hast, oder? Das Meistern dieses Mediums braucht allerdings einiges an Übung. Und ich gehe hier davon aus, dass du schon die Grundlagen im Zeichnen beherrschst. Wenn du mit Farben und Formen schon umgehen kannst, ist der Umstieg auf Aquarell wirklich nicht schwer. Alles, was du wissen musst, ist, welches Material du am besten benutzt und wie sich die Farben verhalten. Die Grundlagentechniken sind leicht und schnell erklärt und das werde ich in diesem Beitrag tun. Bleib also weiter dran. Was wir brauchen ist Aquarellpapier. Wir können für das Malen mit Aquarell kein normales Druckerpapier benutzen. Das wäre ja auch zu schön. Wir brauchen Papier, das für den Umgang mit viel Wasser gemacht ist, das sich möglichst wenig weltgleichmäßig trocknet und die Pigmente auf der Oberfläche lässt, statt sie ins Papier einzuziehen. Du siehst, an Aquarellpapier werden hohe Ansprüche gestellt. Meine absoluten Empfehlungen für den Beginn mit Aquarell sind daher auch Papiere, die gerne Fehler verzeihen und schöne Ergebnisse liefern. In diesem Beitrag möchte ich gar nicht so sehr auf Materialien eingehen, aber für den Anfang sind sie natürlich elementar. Daher eine klitzekleine Auflistung für den Start. Das Aquarell XL von Crasan ist für den Anfang ein sehr gutes Papier. Es ist sehr kräftig, hat eine schöne Oberfläche und die Spiralbindung macht es einem leicht, die Bilder umzublättern. Eine meiner Lieblingsfarben sind die Farben von Cennelier. Sie sind auf Honigbasis erstellt und haben wirklich schöne, brillante Farbtöne. Sie sind definitiv Profi-Qualität und kosten auch dementsprechend. Wer günstige Farben für den Einstieg möchte, kann sich Aquarellstudio von Lukas kaufen. Die kleine Reisepalette ist aus Kunststoff, sehr robust und hat eine schöne Auswahl an Farben. Eine große Auswahl von Pinseln zum kleinen Preis gibt es von der Marke Mahlzeit. Da diese Marke aus dem Restaurationsbereich kommt, also eher aus dem Baugewerbe und der Architektur, wo ich herkomme, ist sie für Hobbykünstler gar nicht so geläufig. Aber wir wollten uns ja um die Techniken kümmern und wie wir mit unserem tollen neuen Material, das wir uns ewig nicht herangetraut haben, nun Aquarelle malen können. Wenn ich meine Fläche zuerst mit klarem Wasser bestreiche, sodass sie komplett bedeckt ist und ich dem Papier dann ein klein wenig Zeit gebe, die Farbe aufzuziehen, dann mit einem Pinsel in Farbe hineingehe und sie mir nehme. Und dann, solange die Fläche noch feucht ist, mit der Farbe hineingehe, dann habe ich die Nass-in-Nass-Technik angewendet. So kann ich einerseits schöne, sanfte Verläufe erstellen und andererseits auch komplette Flächen einheitlich einfärben. Das ist die Nass-in-Nass-Technik. Fülle ich eine Fläche komplett mit einer Farbe aus. Achte dabei schön auf die Flüssigkeitsverteilung und gehe dann mit einer anderen Farbe hinein. Dann entstehen sanfte Verläufe und die eine Farbe verdrängt die andere Farbe und das ist eine Lavierung. Das ist quasi auch eine Nass-in-Nass-Technik, aber mit zwei verschiedenen Farben. Gehe ich mit der Puchenfarbe auf das trockene Papier, nennt sich diese Technik Nass-auf-Trockentechnik. So können gerade Kanten entstehen und wir können ganz klare Formen zeichnen. Hier sieht man noch einmal ganz deutlich, wie die Farbe eine ganz klare Kante bekommt, dadurch, dass das Papier unten drunter nicht nass ist. Die letzte Möglichkeit, Farben zu mischen, zeige ich dir jetzt. Dazu nehme ich mir hier ein Gelb-Grün und zeichne hier zwei Areale auf mein Papier. Und jetzt warte ich, bis diese Areale komplett getrocknet sind. Wenn ich jetzt die Farbe mit einer anderen Farbe übermale, dann entsteht dazwischen, also da, wo sich die beiden Farben überlagern, eine andere Farbe, in diesem Fall ein grünlicher Ton, da ich mit Blau auf Gelb gegangen bin. Und diese Technik nennt sich Lasur. Anhand dieser Blumenzeichnung, die du dir einfach herunterladen kannst, kannst du sie dann abzeichnen oder abpausen, wie du möchtest. Ich verlinke sie dann direkt unter dem Video. Da zeige ich dir einige Grundtechniken von Aquarell und wie du damit einen Anfang machen kannst. Zunächst habe ich hier meinen Aquarellkasten. Um meine Farben zu aktivieren, benutze ich eine Pipette mit sauberem Wasser drin. Du kannst aber auch einfach einen Pinsel nehmen, den mit sauberem Wasser anfeuchten und dann direkt in die Farben hineingehen. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel machen, dann können wir hier mit ein bisschen Wasser einfach die Farben aktivieren und dann ein bisschen warten, bis die Pigmente sich gelöst haben. Wenn sich meine Pigmente gelöst haben, dann gehe ich mit meinem Pinsel hier rein und nehme sie mir hier auf meine Palette. Dadurch, dass meine Palette weiß ist, kann ich sehen, wie die Farbe dann auf dem Papier aussehen würde. So sehe ich dann auch, ob die Farbe deckend ist oder nicht. Ich kann mir dann hier noch Wasser hinzunehmen und die Farbe ein bisschen dünner machen. An dieser Stelle kann ich dann natürlich auch direkt hingehen und mir hier eine andere Farbe nehmen. Dann habe ich sie hier aktiviert und auf dem Pinsel. Und dann kann ich hier die beiden Farben miteinander mischen. So kann ich dann an meinem Farbton noch feine Nuancen vornehmen. Ich kann auch meine Pipette nehmen und noch etwas mehr Wasser hinzugeben. So wird dann die Dichte an Pigmenten geringer, das heißt, die Farbe wird heller. Wenn ich mir für eine Zeichnung viel von der gleichen Farbe anmischen möchte, dann kann ich das natürlich in einem dieser großen Näpfchen hier tun und dann so viel Farbe hinzugeben, bis die Deckkraft erreicht ist, die ich haben möchte. Jetzt nehme ich meinen Pinsel, tauche ihn in die Farbe und kann dann hier mit der Nass-auf-Trocken-Technik beginnen, das erste Blatt zu kolorieren. Dadurch, dass ich hier die Farbe auftrage, ist das Blatt an dieser Stelle natürlich dann nicht mehr trocken. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Farbe wieder hineingehe und die Farbe abdunkle, mache ich hier quasi direkt eine Lavierung, indem ich verschiedene Farben übereinander lege. Ich kann dann hier gleich hingehen und mit sehr viel Pigmenten und einer anderen Farbe dann direkt einen Schatten in mein Blatt reinzeichnen. Und dadurch, dass die Farbe hier unten noch feucht war und die obere dann draufgekommen ist, haben wir einen weichen Übergang. Jetzt nehme ich mir dieses Blatt hier vor und befeuchte es einmal. Ich nehme dazu einfach nur mein klares Wasser. Ich achte dabei darauf, dass mein Wasser natürlich schön gleichmäßig verteilt ist und sich keine Pfützen bilden. Und dann nehme ich meine Farbe, die ich mir angemischt habe und gehe dann hier direkt rein. Und so lassen sich die Farben, die Pigmente dann wundervoll und gleichmäßig schön verteilen. Das ist jetzt die Nasse-Nass-Technik. Wenn ich jetzt wieder mit meiner anderen Farbe hineingehe und hier einen Schatten setze, dann setze ich hier direkt eine Lavierung mit rein. Und so kann man jetzt nach und nach jedes einzelne Blatt dieser Blume ausmalen und hat dann die Techniken angewandt. Und dann kann man hinterher auch noch hingehen und wenn man dann noch Details reinzeichnen möchte, die in der Lasur-Technik drüber zeichnen, wenn die Farbe komplett getrocknet ist. Wenn du Interesse daran hast, weitere Blumenkurse von mir zu sehen, dann könnte ich dir meinen Aquarell-Blumenkurs empfehlen. Dort zeichnen wir gemeinsam ganz unterschiedliche Blüten. Ich zeige dir alle Techniken, die du dafür wissen musst. Ich habe ganz viele Vorlagen für dich vorbereitet, sowie diese Vorlage, die du gerade benutzt hast. Wir lernen alle Techniken von Grund auf und am Projekt. Das heißt, es gibt keine graue Theorie. Wir werden ganz aufwendige, schöne Blüten zeichnen, die der Realität entsprechen. Auf verschiedenen Papieren du wirst eine schöne Einleitung bekommen. Und wir werden natürlich auch ganz einfache und illustrative Blüten zeichnen, wie du sie aus Magazinen kennst. Ich kann dir diesen Kurs sehr ans Herz legen, wenn du Beginner im Aquarell bist und Blumen zeichnen möchtest. Der Kurs dreht sich komplett um Aquarell-Blumen der verschiedensten Arten und Weisen. Wir werden genau das hier lernen, was ich dir gerade zeige. Ich verlinke dir den Kurs unter dem Video, dann kannst du ihn dir mal anschauen. Zusätzlich gibt es einen kostenlosen kleinen 6-Tage-Aquarell-Kurs, in dem ich dir auch die Grundlagen von Aquarell-Blumen zeige. Und dann kannst du ja mal schauen, ob dir dieser Kurs gefällt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!